Was geht ab und die CEOs hier? Willkommen zu Overcooked, das coolste Spiel überhaupt. Ähm, ja, ich find's total lustig einfach nur. Ich hab riesen Spaß dran, weil es einfach genauso mein Spiel ist. Richtig dämlich. Und ihr könnt euch drüber... Oh nein. Ich muss die jetzt bedienen auch noch, oder wie? Oh Gott, nein. So macht man einen einfachen Burger. Bereit? Los! Okay, ich brauche einmal Steak. Steak anbraten. Hier. Hä? Nein? Ach, erst hämmern, oder was? Steak erstmal schneiden? Steak schneiden? Okay. Muss ich auch erstmal schneiden? Steak muss ich auch erstmal schneiden. Okay. Okay, dann... Achso, Zuboulette! Nein, bitte in die Pfanne rein. Die wird dann erstmal gebraten. Ich mach gleichzeitig schonmal die Dinger hier. Die muss man nicht schneiden, oder? Nee, muss man nicht schneiden. Muss man die anbraten? Muss man nicht anbraten. Die kaufen einen Teller wahrscheinlich einfach nur und dann stapelt man die, oder? Mann, das ist gemein, wenn ich erstmal alles rausfinden muss. Ich mach noch einen Salat gleich schonmal für die nächste Runde. Äh, kann ich das hier reintun jetzt? Ah ja, genau! Bist du fertig? Scheinbar nicht. Dann... Oh! Doch! Ah! Hier hingehen so? Ah! Mann! Da muss ich alles rausfinden! Das ist unfair! Okay! Eine Burger! Bitteschön, Leute! Okay, dann geht's weiter! Ich mach das nächste Fleisch gleich schonmal. Mach's zu Hackfleisch. Und, äh, hau Salat. Erstmal hierhin. Und hol noch nen Burger schnell. Burger! Burger! Gut, die Blätter ist fertig. Die Brat... Die Brat am längsten. Gleich mal hier. Und ich mach gleich das nächste Fleisch. Wir brauchen jede Menge Fleisch. Okay. Ähm... Teller waschen. Können wir tun. Ich weiß kein Geschick. Schau nicht aus. Ohne Scheiß. Ich hoffe nicht. Ähm... Ich tu Salat hier rein. Oh Gott, hier. Salat. Da rein. Komm. Letzter Dankeschön. Ding ist fertig. Hier rein. Zack. Perfekto. Wie! Und ich mach einen nächsten Salat gleich mal. Ready. Und lass das hier schonmal, äh, braten. Und gib den Seppen ab. Bitteschön. Bye, bye. Hat er gefehlt? Tomaten noch. Man, der wollte einen extra Burger haben. Oh nein. Das wusste ich nicht. Ich komm mal hier den Burger hin. Und hau einen Tomaten. Tomatensalat. Okay. Dann hier. Salat. Da rein. Und Ding ist gleich fertig. Äh. Mit Tomaten war noch. Der will so einen extra kranken Burger haben. Okay, hier. Hier kommt der Super Triple Deluxe Burger. Hä? Braucht einen Teller. Dankeschön. So. Das waschen wir gleich mal ab hier. Kann ich sagen. Obwohl wir haben noch so viele Teller übrig. Das warten wir erst einmal. So. Oh Gott, oh Gott. Jetzt brauchen wir einen nur mit Steak. Das kann man ja schnell machen. Obwohl. Das Ding muss ja mal anbraten leider. Aber wir tun schonmal den Burger auf einen Teller. Eigentlich können wir schonmal mehrere Burger vorbereiten. Wie wärs? Hier. Äh. Zack. Und das Ding gleich mal braten. Äh. Äh. Erster Burger. Da rein. Äh. Äh. Du brauchst noch ein bisschen. Also nochmal das nächste Fleisch gleich mal. Fleisch ist halt mit jedem Burger drin, oder? Ist einer nicht vegetarisch? Salat kann ich ganz kurz mal hier hinlegen. Dann erstmal machen wir die Burger fertig. Hier. Zack. Hier rein. Und ich leg's hier ab. Der Face kam schon wieder aus. Was soll das? Und gleich mal gucken. So Leute. Fürs Let's Play. Ich bin grad nicht mitten drauf. Wir machen grad viel zu viel Spaß. Aber ich hör dann. Ich guck beim nächsten Part mal nach. Was da los ist. So. Bulette. Zack. Und ich putz nochmal Geschirr. Ah. Ich kann gleich alle auf einmal machen. Das ist ja super. Das ist super. Da muss ich nicht mal einzeln alles machen. Das ist ja viel besser. Hier. Dann machen wir mal ein paar Teller. Ja gut. Ich schaff nicht noch einen Burger leider. Da hab ich zu wenig Zeit dafür. Aber ich kann ja noch weitermachen. So lange es geht. Ach hier. Fleisch. Fleisch. Fleisch noch rein. Oh. Das war sogar ein Burger gewesen noch. Einer mittlerer. Wie weit war ich? Nur zwei Sterne. Schade. Aber ich bin trotzdem zufrieden dafür, dass das was ganz neues war. Los. Ah weh. Ich muss immer bedienen. Tutut. Tutut. Ich bin der. Wie hieß der Bus noch von Raced? Weiß ich gar nicht mal wie der hieß. Äh. Äh. Hab den Namen vergessen. Den Bus von ihm. Otto. Keine Ahnung. Bob hieß er. Bereit. Los. Jetzt was Neues. Tomatensuppe erst einmal. Äh. Das ist das Brett zum Schneiden. Ist das einzige Brett zum Schneiden? Ich hoffe nicht. Doch. Ich hab noch eins. Ich hab noch eins. Tun wir hier rein. Nächste Tomate. Jo. Tomate. Tomate. Okay. Und ich fang sie an zu schneiden. Und du lass hier da rein. Dann kann ich schon mal Pilze machen. Ich mach natürlich Pilze hier. Und. Du bist fertig. Komme hier rein. Ist gleich fertig. Dann mach ich mal noch schnell einen Pilz. Weil er unten jetzt ein Pieper anfangen wird. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, ich bin aber schnell genug, oder? Ah, ich hab's geschafft. Teller ist hier. Sehr schön. Ich, gib's schnell ab. Und hau dann in den Topf. Erstmal mach ich einen weiteren Pilz, würde ich sagen. Oh, ich hab schon einen geschnitten, glaube ich, gell? Dann den kurz hier hin. Okay, das war jetzt mal dumm von mir. Erstmal den Topf zurück, weil der nervt mich da. So. Hier. Hier, den Pilz rein, den Pilz schneiden. Und ich find das wieder einfacher. Ich find das Piratenschiff war wirklich bisher einer der krankesten Levels mit dem Verschieben des Kochs. Da war man oft so, jetzt komm ich nicht mehr ran, so ein Kack. Okay, äh, das ist fertig. Ich kann das jetzt schon mal in den Teller abspülen oder so. Erstehe ich aber im Weg, glaube ich. Das ist keine gute Idee. Dann geh ich ihn da hin. Bist du fertig? Du bist fertig. Äh, oh, Teller. Hier. Und wir geben das Ding ab. Und können dann schon mal das Abspülen anfangen. Oder es ist eigentlich schlauer, auf mehrere zu setzen. Ähm. Jo. Zack. Äh. Gut, ich kann noch einen abwaschen. Warum nicht? Bist du fertig? Gut. So, da haben wir hier, da haben wir hier noch rein. Wieder aufhören zu meckern. Und dann mach ich den letzten Pilz noch schnell fertig. Während er es mich noch aneinander gleich mal mit Zwiebeln anfangen kann. Zwiebeln, Zwiebeln, Zwiebeln. Jetzt eine Sprint-Taste eigentlich? Höh. Okay. Gerettet. Zwiebel, Zwiebel, Zwiebeln. Cutten, cutten, cutten. Und aufsetzen. Bapp. Schnell noch eine neue Zwiebel. Zwiebeln. Das ist ein bisschen einfacher, finde ich, jetzt wieder hier. Ich mach jetzt nicht ganz so viel Käse. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass ich perfekt bin. Aber, ähm, nicht mehr ganz so viel Käse einfach. So. Pilz, weg damit. Und jetzt die Teller bitte nehmen. Kann ich mehrere auf einmal nehmen? Geht das? Ich nehme mal einen einzeln nur. Ich glaube nicht, vermutlich. Die machen es wieder extra kompliziert. Hier, das hier durch rein. Das hier durch rein. Höh. Egal, ich hole jetzt Zwiebeln. Zwiebeln. Und schneide sie. Kann das, kann das rein tun. Da. Und jetzt machen wir Tomaten als nächstes. Na, klasse. Jo. Tomati. Zack. Oh Gott, das piept schon. Aber es ist wurscht. Gleich nicht mehr? Okay. Wow. Von der Steuerung her ist es manchmal ein bisschen eklig. Aber, ähm, das ist ja auch im Teil des Spiels, finde ich. Oh Gott. Ich lege das hier jetzt mal ab. Wupp. Wupp. Äh. So. Oh Gott. Komm her. Okay, cool. Los, 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 los. Hier. Und abspülen. Äh, kein Wechsel in der Zeit, glaube ich. Aber gern, der ist schon fertig. Und dann... Oh Mann. Jetzt sei hier. Und ich hole noch eine Tomate. So. Warum essen die eigentlich alle nur Suppen? Das ist voll langweilig. Die wäre halt ja für viele andere Sachen Bock. Oh Gott. Die ist nicht hier dran. Ich mache das weiter. Und ich versche noch ein paar Teller ab. Vielleicht gibt es extra Punkte. Ich weiß es nicht. So. Piept der schon wieder. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Kannst du mal abgeben? Facecam geht schon wieder aus. Dankeschön. Abgeben bitte. Ab bitte. Nein, nein, nein. Schnell, schnell, schnell. Dankeschön. Hast du auch gezählt? Ich glaube schon. Allerschwede. Wie noch eine 2 Sterne? Was soll denn das? Das ist voll gemein. Neuer Koch. Der ist süß. Okay. Äh. Okay. Uh. Voll krass, wie die Unschärfe da links so im Bild ist. Total interessant. Kann ich noch ein Level machen? Aber irgendwie darf ich die Facecam gerade. Ich gucke mal gerade, ob die Facecam irgendwie, ähm, reparieren kann. So, da bin ich wieder. Ich hoffe, die Webcam geht jetzt nicht mehr aus. Ich bin ganz neu, die Webcam noch. Ich habe keine Ahnung, wie ich mit der, äh, was ich da einstellen muss, dass sie gut läuft und so weiter. Aber ich finde sie gut. By the way, ich finde sie besser als die alte auf alle Fälle. Tut, tut, ich bin ein Omnibus. Wir machen das nächste Level. Los geht's. Level 6. Oh, ganz viel Herzen im Chat. Sehr schön. Und. Los. Wir brauchen einen blöden Burger mal wieder. Okay, wo ist ein Burger? Ich mache jetzt mal das Fleisch. Fleisch dort am längsten. Und go. Und ich brauche einen Salat. Salat. Wo sind die Burger? Ich habe sie noch nicht gesehen. Die Burger. Was wackelt hier so? Uah. 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 Ja, und jetzt? Äh, Pfanne hier. Was soll das? Äh? Dann wo ist die Brötte? Ich habe den Burger noch nicht gesehen. Komm wieder runter. Ich mache, ich hole schon mal ein Fleisch her. Ah, da unten ist der Burger-Ding, oder? Da ist er. Oh Gott. Äh. Ich hau mal hier hin. Das heißt, wir sollten niemals einen Koch auf beiden Seiten lassen, oder? Ich weiß es gar nicht, was er am besten macht. Bist du schon fertig? Du bist fertig, glaube ich, gell? Ja. Oh Gott. Oh Gott. Ähm. Ich gebe jetzt hier ein Fleisch rein. Ah, ich muss das hacken. Na toll. Äh. Ich bleib oben. Ich gebe das Ding hier mal ab. Oh Gott. Das verwirrt mich total. Ähm. Ähm. Mach du weiter, du unten. Pack mal ruhig weiter, du. Ich mache einen weiteren Burger schon mal parat für die nächste Runde. Ähm. Du bist fertig. Dann braten wir dich mal ganz kurz hier. Und wir brauchen Salat noch. So. Fahr mich mal runter, bitte. Also ich kann nur da hüpfen, das geht. Okay. Aber ich kann nur nicht hochgehen. Äh. Lass mich durch. Einmal Tomaten. Einmal Salat. Und einmal das Fleisch. Ist das alles fertig? Jetzt ist das Fleisch fertig. Äh. Das Fleisch. Das ist so ein Deluxe Burger wieder. Ich tue den mal abgeben. Jetzt habe er. Und. Äh. Schmeiß das runter. Wann der man erst putzen kann. So. Hier. Zack. Los geht's. Was mache ich in der Zeit? Ich kann hier schon mal einen weiteren Burger parat legen. Mehr kann ich nicht machen. Und den kann man schon mal hier hin tun. Und ich mache lieber das Fleisch zuerst. Oder immer am längsten. Los geht's. Und die helfe ich in der Zeit mit einem leckeren Salat. Genau. Obwohl wir fast den nächsten Blut auch machen können. Dann lege ich die erst mal hier rein. Und mache gleich das nächste Fleisch für den nächsten Burger. Ich wünsche mir da vielleicht irgendwie eine Sprint-Taste noch. Das wäre richtig cool. Dann könnte man es wieder hinflitzen. Immer zwischendrin. Gut. Dann lege ich die Teller schon mal nach oben. Damit mir die nicht zugänglich mehr sind. Und. Wasche mit dem nächsten Teller schon mal ab. Äh. Und. Hau das hier schon mal rein. Und ich glaube ich hau ganz kurz die Pfanne mal. Da rein. Genau. Hier. Pfanne weg damit. So. Und hier. Fleisch rein. Und abgeben bitte. Wui. Alter. Das geht echt. Also langsam wird das Spiel immer komplizierter. Das ist echt cool gemacht. So. Man sagt es wird. Es ist nicht mal das gleiche. Durchgehend. Äh. Was brauche ich denn jetzt? Machen wir jetzt mal eine Tomate. Bist du fertig? Bist fertig glaub ich. Ja. Ein normaler Hamburger brauchen wir ja auch. Wupp. Und. Rein damit. Und ich kann schon mal hier abwaschen. Das brauchen wir gleich. Und ich mach schon mal das nächste Stück Fleisch. Weil die daumen ja mal am längsten. Dann lässt ich schon mal das hier irgendwie hochlegen kann. Die Pfanne hauen wir mal wieder auf den Ding da. Sonst ist das blöd. Kann ich mehr reinnehmen? Geht nicht. Okay. Dann hauen wir so ein paar Teller hoch. Oh. 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 Ich bleib oben. Wir hauen kurz mal hier. Kann ich zuerst die Tomaten hinlegen. Und dann nimm Burger dazu. Das geht. Das ist gut. Äh. Fleisch ist fertig. Das. Braten wir mal. Und ich mach gleich mal das nächste Steak fertig. Wenn das nicht mit ihm. Vielleicht sogar den nächsten Salat vorbereite. Äh. Komm runter. Bitte. Ich hab ihn nur noch 20 Sekunden. Das ist unfair. Da kann man gar nicht viel machen. Okay. Dann mach ich den Burger noch schnell fertig. Wenigstens. Tomate. Salat wird noch fehlen. Salat ist hier. Äh. Den kann ich ja hier schnell machen. Und abgeben damit. Okay. Wenigstens. Das hab ich noch geschafft. Kann ich noch einen normalen Burger hinkriegen? Teller hab ich nicht parat. Okay. Ich probier's mal. Wie ich's hinbekomme. Fleisch ist gleich fertig. Gell? Ach. Schade. Hab ich mal geschafft. Okay. Aber was war das jetzt? Wie viel? Drei Sterne! Carina. Ich bin gut. Ich werde getätselt. Hab's gesehen. Das war ein Zeichen der Zuneigung. Zum Valentinstag. Äh. Es gab Valentinstag. Wenn ich's gleich aufnehme. Soll ich noch einen Löffel machen? Ich glaub einen Löffel kann ich noch machen, oder? Juhu! Brumm. 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 Was ist das hier? Zwiebelkammer 1? Zwiebelkammer 1? Hallo? Oh! Hundi! Das ist Kevin, glaub ich, gell? Ähm. Seid gegrüßt, meine kleinen Freunde. Wir schreiben jetzt das Jahr 1995. Ich bin grad fünf Jahre alt geworden. Es ist zwei Jahre her, dass wir uns gesehen haben. Die Zeit ist wirklich im Flug vergangen, nicht wahr? Vielleicht sogar nur, waren nur zwei Parts auf YouTube. Eure Reise kommt gut voran. Eure Reise kommt gut voran. Ihr werdet allerdings an eurer Zusammenarbeit arbeiten müssen, wenn ihr euch den Herausforderungen stellen wollt, die euch bevorstehen. Reist gegen Osten, wo euch mehr Küche, Küchen erwarten. Und nun geht, meine Freunde. Der Typ ist so unnützlich. Egal. Hier, Feuer. Mh, lecker, lecker. Lass mal braten hier. Die Familie grinsen immer. Okay. Wir gehen weiter. Achso, muss man zurücklaufen. Zwiebelkammer 1 geschafft. Tut, tut. Tut, tut. Ich bin ein Bus. Tut, tut, tut. Uh. Wie cool. Okay, Richtung Osten hier. Ab in die Wüste. Und was ist unser Wüste erwartet? Das sehen wir dann im nächsten Part. Dankeschön fürs Zuschauen. Hoffentlich hat es Spaß gemacht. Ich finde es voll witzig. Das Spiel nach wie vor richtig cool. Schaut gerne bei den anderen Kanälen vorbei. Lasst ein Abo und ein Like. Da würde mich sehr freuen. Und dann bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, Tio, kocht nur Schwachsinn zusammen. Da bist du an. Ciao. Juhu. Ciao.